Lichtblicke im Advent Die Zuversicht Zuversicht entsteht, wenn in der Dunkelheit ein Licht aufscheint und sei es noch so klein. Zuversicht entsteht, wenn der dunkle Himmel nach einem Gewitterregen von den ersten Sonnenstrahlen durchbrochen wird und ein Regenbogen erscheint. Zuversicht macht Mut, macht Mut zum ersten Schritt, zum zweiten und zum dritten aus der Dunkelheit in eine bessere, hellere Zukunft. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht.